Hey, Sida! Brauchen Sie einen neuen Hammer? Ich nagel Sie auch gern. Ach, das klingt doch. Hallihallo, hallöchen! Herzlich willkommen zurück wieder bei TigerKatsiTazi. Ja, TigerKatsiTazi. Und wie, das klappt jetzt nicht. Fuck, so bestimmt nicht, aber... Ich glaube, ich habe eine Straßenlaterne bei uns drin. nicht mehr der mut steigt der mut steigt jetzt kümmere ich ordentlich um den ich habe jetzt auch den bogen raus wie ich es machen muss wo du ihn streicheln musst meinst du und ich merke nichts davon geschlägt immer noch das sieht auch nicht an mir bei der mut steigt das ist wichtig die ganze scheiß Mistiger das soll mein klein wie sie da sagt er eben sich bereuten bei der mut steigt der mut steigt der mut steigt und jetzt am Motorplatz von mir auch und dann hat sie jenny wo das ist so schwer ich bin es korte derzeit auch 2.000 Dollar dafür und auch von respekt und bis zum luchte durch die tischkontrolle er ist korte aktivität freigeschalten jennings Märtyger Begleiter in dem Meer nun mit Lamuert und nur und älter der Lerb im Warten auf der Angler Märkten das sind so in er hätte war Aufträge nächsten und ist auch wie aus der Steckdustruppe das mal gesagt es ist auch die Aussicht und Schlechdustruppe was heißt ihr schlechter da hast du noch was an das heißt dass so zumal quästchen zumal ändern die findest du meine mein rucksack oder wenn die immer zu heilung 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 doch gerade schon ist nächsten mission heilung dicky die lassen sich jetzt in ruhe ich verstehe aber nicht wieso sag mal magst du mal mit aufsteigen nein nein ich bin erster da ich bin erster da ich bin erster da erster siehst du geht doch jaja geht doch nach hause der spielt gerne puppen um der kerl oder fahrrad er fahrrad in geheimen das ist jetzt habe ich der Katz hat die Stoff drücken Prozent die Gagart der Zirkung da das war's Gernberg das war eine epische Mission und zwei Aufträge dafür gibt es nicht so diesmal die Mission die das letzte Mal auch nicht gepackt haben das war auch das sind das war ein Wieselien Mr. Klitschinken hab ich doch mal alles gut ich hatte mich so trotzdem annehmen so Telefon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 Ich bin schon fast da. Super. Dann kann ich mich ja berühmt zurücklehnen. So. Interessant, dein GPS stecken wir andere Wege an. Aber du fährst ohne GPS. Eigentlich freue ich mit, aber das hat mich gerade an dieser Kasse gelotzt. Beziehungsweise meine Vorkünste. Du hast keine Probleme. Du hast das für dich. Der Motorrad ist schwierig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber was Laune? Ja. Bevor du reinfährst, bitte lass mich hier kaufen. Ich möchte hier kaufen. Ja, ich hab ein Casino gekauft. Ah! Du darfst definitiv eine gute Einnahmequelle sein. Ja, 1000 pro Stunde. Nice! Damit ich mir nachher wunderschön die Upgrades holen kann. ... 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 verheiß wie sagst du das bisher läuft ganz gut bisher sich sagen wie gesagt bisher das gefühl das wird sich bald ändern auf mich ist das an die projizisten neben zivile geisel zum schutz das ist eine gute idee ich habe es immer noch nicht so jetzt aber das ist ganz ehrlich ne wo bleiben die ganzen autos ansonsten man baut mist und normalerweise und alle möglichen scheiß typen hinter einher hallo scheiß typen wenn man von scheiß typen spricht ja ist immer so aber ganz ehrlich wo bleibt noch mal ich sehe ich sehe da ein wagen so ein komisches weißes cabrio mit stacheln an den rädern gute idee zerstörst es kommt auf jeden fall mehr jetzt inzwischen muss es sein dass du bei der wagen die robustheit hochgemacht hat ja ein wenig das hat zwei granaten gebraucht das ding ja siehste mal eben echt heftig also ein bisschen weiter werfen weil da ist außerhalb des bezirks so hier dann auto das irgendwie nicht wegfährt alter hat das auto auf dass es in eine richtung fährt diese scheiß von den autos generell schwer zu troffen ja ok bisschen möglicher ist es bisschen brauchen guck mal da mein bulle so Gott ey ich will endlich beide händige beide händige munis haben äh mps gut4 da ist polizei bin zivil jetzt hauen die banden mit grito von mir ab das gehen sie auch bei mir schaut schon ein bisschen verbrannt aus ja scheiß schlampe sehr scheiße Brüder gut so ein Stich hat eine größere Herausforderung wir haben noch eine Zeit für 80.000 geht mein Bestes guck mal auf die Karte gerade mal wir haben ein gigantisches Gebiet, ne, eigentlich in dem wir rumlaufen können die scheiß Polacken hauen vor mir ab ich krieg ne Macke so hier ich glaub das packen wir wieder net, ne, du das ist echt grad, äh ich geb doch schon mein Bestes bleibt stehen, ihr kleinen Pischer fuck, ey, 19 Sekunden so, ja, toll das bringt grad irgendwie gar nicht wir können das irgendwie, ich weiß nicht, wieso weißt du, was wir jetzt gleich machen wir bauen hier gleich mal ganz, ganz viel Mist und dann starten wir die Mission hier einverstanden ich weiß nicht, wo wir angefangen haben mit der Aufnahme ich geb mein Bestes gut oh, schweig sich denn dauernd mit dem Bullen hm schweig sich denn dauernd mit der Polizei das ist schlimm hm, wieso nur ja, du hast keine unendlichen Granaten jetzt hier, ne hm aber der brennt gut alter da ist die Polizei Achtung wir haben Besuch von oben Versuch zurückzuschniepern zurückgeschniepert ey ich brenne oh, guck mal, die Hedis eigentlich ist schon vom Dach, äh, vom Himmel holen können wir sicherlich irgendwie so wo sind denn sie jetzt und jetzt mal kurz mal Aufträge machen Escape Aufträge Vanalismus Achtung du wirst grad anvisiert warte noch nicht hingehen um mich zu den Dachern zu holen musst du eine von der Schell-Kompagnen jemanden in particular eine Fenster-Kompagnen ich habe den Heli bespottet guter Junge guter Junge die Kompagnen, die sie macht ist wirklich schlechte Nachrichten okay wir können anfangen, glaube ich das ist ein Sinister-Organisation-Team Wollerniratje das war jetzt mal definitiv ein gutes Geschütz mal gucken, ob es eventuell resettet wird oder direkt anfangen direkt anfangen ich hoffe irgendwie die Bekanntheit bei uns ist irgendwie ich bin nicht zu niedrig also wir haben jetzt zwei Sterne ja bei denen ja einfach einfach ein bisschen herumballern und ein bisschen Bekanntheit auftuch weil ich habe keine Ahnung wie sich das verhält mit der Bekanntheit aber von den Polizisten haben wir einen Stern kommt noch einer von denen dann hast du das Ding gerade neben mir explodieren lassen? ja danke bitte ja guck jetzt weil das Problem ist wirklich jetzt fehlen und es wirklich wieder zu und dann geht die Bekanntheit runter lass uns mal vielleicht auch alter, da ist einer so ein bisschen hier so Bekanntheit sammeln also ein bisschen raus mal eine Bekanntheit zu besorgen war kein Problem 3 Sterne und jetzt auf einmal 3 Sterne Fahrzeug zerstören aber versuche ja irgendwie taktisch mal ranzugehen da sind die nächsten von denen die können ruhig in Massen auftauchen meine das ist auch so so 3 Sterne 3 Sterne 3 Sterne Drücke hin zurück wie zu reicht schon ne gut sorry wenn ich da gerade ein bisschen ruhiger bin Leute aber ich konzentriere mich haben wir hier überhaupt Leben eigentlich ja haben wir ich sehe mein Leben nicht wie es runter geht ich hab's bei mir überhaupt nur noch gespürt ok bei mir tauchen gerade mehrere auf seh schon ich versuche halt immer mich so ein bisschen zurückzuhalten aber die müssen halt auch langsam nachkommen mal da ein bisschen da komm ein bisschen aber die sind nicht wirklich stark derzeit ein bisschen also ne 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 also ich ich traurigerweise ja also ich erhoff mir halt immer ein bisschen mehr hast die Tankstelle schon zerstört ja ist schon weg schade ja oh mein Vater ist so hm und was Leute wo bleibt die ja da sind wir wieder da sind wir wieder nein es gibt ja nicht viel die Kills ich bin ich bin ein paar kleine Punkte kannst du ja auch die ganzen Sachen die ringsrum stehen Schilder, Papierkörper und all so'n Scheiß kaputt machen ich sag es halt wirklich hier ok jetzt hier Postwagen ganz schnell zerstört und es gibt bei der Polizei Punkte super, zwei Punkte bei der Polizei sehr gut äh sieht cool aus ja einfach gibt es ein bisschen mehr Action ich glaub wird schwierig dass das klappt glaub ich Polizei ist da Polizei abfallern Autsch F*** denn du hast nur das schlimmste Fehler von dir gemacht gut ein bisschen mehr Action das Hallo das ist Polizei du musst halt einfach einfach direkt mit Puppers trinken also die Müsse ist echt schwer irgendwie weil man kaum was hat ist zwar cool aber irgendwie Alter was der Star explodiert ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung kann man sie auch schon mit härteren geschützten? kann das sein? ich weiß es nicht also bei mir zwei und drei Sterne und nach wie vor ach da war doch schon wieder so eine flitzekacke Vibe hier oder? naja es ist gut zu werden äh irgendwie wir fehlen jetzt wieder die Gegner da kommt die Polizei nicht nur die? dann abballern nicht direkt zerstören damit die nach rücken können ne? nicht direkt zerstören okay wir müssen eigentlich weil die Zeit die brennt äh das schaffen wir trotzdem nicht mehr wir haben grad mal jetzt die Hälfte ach fuck ey das kotzt mich so leicht an mhm na ganz ehrlich wir sollen was denn auch machen come on ich verstehs nicht okay lassen wir das sein ja müssen wir hoffen dass ihr trotzdem Spaß hattet ja sieht schön hier aus ja wir fahren alle hier ankommen und sich fragen was wollten wir denn hier war hier nicht was ja ja war hier nicht was ja ja war hier nicht was gut ja Achtung so ja so ja hier wie soll ich mir jetzt machen mit dem so so aufgeräumt s du hast nur die Waffe was habe ich darauf eine Waffe aber es gibt hier schon wieder her ob ich den gebraucht scheint auf jeden Fall einen gewissen Wumms zu haben ja guck zu spüren gekriegt es kotzt mich schon irgendwie zu leicht an hier dass das irgendwie nichts wird ich will endlich die Mission packen ey Sieder brauchen sie einen neuen Hammer ich nagel sie auch gern er hat auch echt Spaß macht aber nur einfach hier so ein bisschen Blödsinn machen die Euro hier nächste Aufwand annehmen würde ich sagen und im Verkehr gut das angenommen magst du dein Auto mal holen wer dich mal telefonieren kann ich kann immer noch keine Fahrzeugkriegerungen anrufen Prozent und aus der Linie kohle fliegt die ganze Beobachtung kreuzverkriegung okay es gut sieben mein Auto ich sehe nichts davon auch nicht als den Auto ich glaub, komm mal hier ich hab doch ein Polizeiautfit na, warum nicht? komm, steig ein wollte ich eigentlich gar nicht einfach rennen und eh eigentlich tu ich, tu ich, aber trotzdem irgendwie will das nicht so wie ich so naja, gut fahr mal los mit dem wunderschönen Auto ich hoffe, das explodiert nicht vorher ich hoffe es auch die besten Töne gibt es nicht mehr von sich macht wrench sounds was, geht jetzt schon wieder ab? oh, andere Richtung ah, die Polizeiautos sind ja prinzipiell robust kennen wir ja, ne? oh ja was nicht heißt, dass sie ein weiser überleben wenn er steuersetzt das ist ja in Ruhe nachgucken ja, ich krieg mir eine kleine Lieferung ok hab jetzt 10.000 sehr schön ich bin für Aussteigen wollte ich eigentlich auch gerade wo liegst du? da ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es wo ich an der Verbindung liegt oder was das gerade ist auch nur du sollst nicht erst mal aus dem Staub machen, weil deine Energie ist nicht gerade ja, ja, du bist eh gerade blub, blub, weg, wo auch und ich konnte dich eh nicht mehr aufheben es echt wird, aber am Anfang hat man die Probleme gar nicht ja, deswegen, ich weiß auch nicht, was los ist Fahrzeuglieferung geht bei mir gerade nicht, schade gebt zu, ihr Zuschauer, ihr hackt uns nebenbei alter und ich bin wieder am Krankenhaus die Mission wurde auch abgebrochen alles gefühlt scheiße, also ich habe keine Markierung mehr da mann gut alter, ist das auch beizuscheiden, ne? ja ach ja bis zum nächsten Mal bis dann Leute dann werdet ihr sehen, wie die Mission verstanden läuft